ja liebe leute herzlich willkommen sektion bussimulator 21 wir sind immer noch mit auf der strecke wir sind immer noch dabei wo kunja auszuwerten oder aufzuwerten indem wir rote 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 fahren wir haben einen neuen bus gekauft den habe ich auf screen jetzt gerade gekauft ja jetzt mal wieder einen zitaro und weiter geht es jetzt hier mit unserer kleinen strecke ich sehe schon sie haben so viele ruten gerade hier drauf wenn wir kurz ich muss jetzt kann was gucken bis jetzt hier rum warum auch immer ja wir sind immer noch dabei wo ich gucke die vier auf zu bauen so schön was sehen aber plötzlich wird jetzt gerade guckt es muss ich gerade bis jetzt die karte gucken wollen wir halten sie heißt die halte stelle jetzt washington street ich habe jetzt die washington street dann geht es weiter mit der frau das will ich habe jetzt wieder eine strecke aufgebaut die wieder alles umfasst ihr seht ihr seht es ist gerade schon das übelste chaos hier bei kunja weil ich das thema immer mal erledigt habe dann werde ich wieder da werde ich wieder ein paar busse gefahr ausplanen ja die ist hier links ich weiß nur wissen ob sie wieder drauf sieht Ich glaube, sie blockieren. Warte mal. Seniorenticket, Tageskarte. Normale Fackkarte, einfache Fackkarte. So, das halte ich damit. So, ich will aussteigen und hier den Kollegen mal bitten, die Tür frei zu räumen. Das ist wahrscheinlich rechts jetzt hier, ne? Ja. Stufe 4 ist so eine schöne Ansage, definitiv. Okay, steht da der Bus ein. Die Paris Street ist da vorne. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, stimmt. So, Seniorenticket, Wochenkarte. Zwei brauche ich zu. Okay. Seniorenticket, altere Fahrkarte. Perfekt. Super. Alle könnten verkaufen. Weg zur Haltestelle ist die... Ne, ist das Business Center. Klaus, die Südseite vom Business Center. Das fahren wir alle drei Haltestellen an. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Chaos hier gerade. Business Center South. Ich stehe ich ganz sicher wahrscheinlich bis etwas weit weg. Ne, kurz sogar. Ich brauche eine Fahrkarte. Hm. So. Einfache Fahrkarte. Alles klar. So. Und du überholst mich jetzt nicht auf der rechten Seite, während ich keine Abbiege. Doch, tust du. Doch, ich muss jetzt... Doch, es ist hinter... Das ist hier links, ne? Verdammt, ich muss doch da außen rum. Scheiße. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Dankeschön, Scheiße. Das ist Skagen, ja. Ach, natürlich. Naja, die halte ich für den Baum jetzt kann ich noch nicht anfangen. Das ist nämlich das hier. Das ist hier quasi ähnlich wie bei mir vor der... vor der Haustüre. Da gibt es nämlich genau diese Situation. Und der Unterschied, dass hier noch eine... quasi auch hier einmal vorbeigeht an der Erstdargesteller. Aber an der übernächsten. Hier einmal rumgeht. Das ist ja auch nicht gerade so ein bisschen. Oh, sorry. Mach den Schrock mal aus da jetzt. So. So. Erkenn ich gleich weiter. So. Jetzt gibt es wieder da. Schöne, schöne, schöne. Manni, 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 Manni. 146.000. Oh, das ist doch gar nichts. Doch, was ich kurz ansetzen wollte, das ist ähnlich wie bei mir hier vor der Haustüre. Es gibt genau diese Situation, da fährst du das erste Mal an dieser Haltestelle vorbei. Wie bei mir jetzt hier mit der Nummer 6. Einmal kurz an die Haltestelle vorbei, die 5 anfahren, dann nochmal rum und dann die 6 anfahren. Also. Genauso. Ich bin jetzt in Gefahr. Mal kurz den links reinpacken. Hey, ich bin völlig. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, machen wir so. Danke. Ja, gerne. Normale Fahrkarte, Tageskarte. Dia. Ja. Das sieht aber, euer Typ will jetzt! Ja, da этим installieren, wobei dieser Zahl macht. Ach, ich weiß, was probiert. die röpfe war noch draußen deswegen das gibt es sein muss ich würde sich darauf anlegen so hast du von dieser großen das könnte ja mal so war für zu reden ist alles ist die naus jonas dort jones street hier ist die halte schon wieder ein rollo jetzt hast du gefühlt gar kein und jetzt kriegst du sie alle auf eine fahrkarte bitte danke weißt du etwas über das jazzfestival ich habe gehört die besetzung sein einfache fahrt diese woche brauche ich mehr sein das ist doch schön dass sie hier vorliegen sitzen so wo ich sie jetzt lang rechts hier dort das wird auch noch eine ganze weite dauern bis wir den ganzen kram mal ausgewählt haben jetzt steht ein rutscher fahrer sitzt das gefühl ist gar kein und jetzt kriegst du den dritten miteinander aus die fütterung der seelöwen da ist toll ich mag es wie sie sich die fische schnappen und woher geht es jetzt und woher geht es jetzt so 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 alles klar oder Leute schlechte Positionen egal was für eine nacht ich bin völlig durch danke hey eine fahrkarte bitte morgen findet ein großes meeting über die zukunft unseres unternehmen mit unterstelle jordan ich weiß okay ich möchte wie gesagt, normalerweise dürfen wir das alles nicht machen so schon wären wir wieder am anfang der strecke aber die ist es jetzt schlimme es wird so eng gebaut jetzt soweit wir hier fertig sind mache ich persönlich feierabend heute habe ich jetzt noch fünf folgen neu aufgenommen mache jetzt wahrscheinlich noch ein paar tage mit sich bis hier dass ich das wochenende abgedeckt bin die liegt hier vorne gibt es noch nicht gerade aus aber es kommt noch das sind schon ein paar halte ich habe da vier die pekunen ja das ist nicht mehr so viele aber ein bisschen müssen wir das müssen wahrscheinlich noch ein paar folgen machen ich habe es aber auch schon gefügt ach mein gott das meine ich halt dann bleibt halt einfach stehen das ist doch vorne die alte schelle schau dir natürlich ist ja noch ein rollstuhl fahrrad keine sorge es geht gleich weiter jetzt kann ich sie raus machen das sind noch ein paar haltestellen jetzt sind ein paar fahrgäste gut dann mache ich jetzt hier feierabend wir sind in der nächsten folge wieder bei bloß simulatron 21 ja da jetzt eigentlich sind sogar das sind halt diese scheiß zwei jahr noch die alle noch abgefahren werden müssen ja in der nächsten folge geht es damit weiter bis dahin und auf wiedersehen beim bus simulator 21 20